Xenia Desny war eine ukrainische Schauspielerin. Leben die gebürtige Russin, deren künstlerisches Talent früh von ihren Eltern gefördert wurde, floh während der russischen Revolution zunächst nach Konstantinopel, wo sie als Varietetänzerin arbeitete und von dort nach Berlin. Hier begann, überwiegend mit Filmen unter der Regie von Johannes Guter, ihre erfolgreiche, wenn auch kurze Leinwandkarriere, die mit dem Aufkommen des Tonfilms beendet war. Über den weiteren Lebensweg des ehemaligen Stummfilmstars ist wenig bekannt. Sie war die Mutter der Schauspielerin Tamara Desny und Schwiegermutter des kanadischen Schauspielers Raymond Lovell. In den Jahren 1924 bis 1926 ließ sie sich in Bansin eine «Sommerresidenz» bauen, die sie mehrere Jahre mit ihrer Tochter bewohnte, bis das Haus in den Besitz des großindustriellen Gerdes überging. Xenia Desny verstarb am 27. Juni 1962 in Frankreich, extrae de desis. No. 10 1962stel.